3-Zimmer-Wohnung in Dusis, super schöne Aussicht und übermaler, Fenster, alles frisch gestrichen, hell und schön, helle Decke, Naturweiss, schöne, einfache, funktionelle Küche, alles frisch gestrichen, grosse Ablufthaube, Kochherde, Backofen, Küchenmöbel, Holzofen, um sie selber dann haben wir hier Abwasch, schön separat, Fliesen sind halt so wie es sind, aber der Rest ist schön frisch gestrichen, modern gehalten dann haben wir hier das Treppenhaus, ist auch modern gehalten das ist der zweite Stock der Eingangsbereich, sonst die Kalle mit Tefer dann haben wir hier ein Schränkchen unter den Stecken, Schuhfachputzschränkchen dann haben wir hier rein, haben wir eine separate Türe, die warm behalten dann haben wir nochmal einen Schrank dann kommt das erste Zimmer auch die Türe frisch gestrichen, frischer Boden drin alles frisch gestrichen, alles schön bereit gemacht ein heller anmecheliger Holzboden moderne Fenster die Heizung ist Luftwärme elektrisch zu heizbar, aber Luftwärme gibt neue Radiatoren noch die nächsten paar Wochen zum Einzug sollte das bereit sein auch das zweite Zimmer noch etwas grösser auch ein neuer Boden drin das haben wir mal noch Neutrallage da hat es noch einen alten Ofen drin aber funktioniert nicht mehr, also ist es nicht mehr brauchbar ist einfach das Dekorelement dann haben wir hier wieder draussen dann haben wir hier das Bad das Bad ist in einer Laminate an der Wand Bode, Shetushi Tualete, frischen Ring einfach gehalten und Priese entsprechend schön und gut direkt in Tusis Parkplatz auf Anfrage und Wunsch an ich damit